Heute erreicht uns eine unglaubliche Nachricht, DJ Ötzi, einer der bekanntesten DJs und Sänger der modernen Musik, ist bei einem schrecklichen Unfall ums Leben gekommen. Sein plötzlicher Tod hinterließ eine große Lücke in den Herzen der Fans auf der ganzen Welt. In diesem Artikel erinnern wir uns an das Leben und die Karriere von DJ Ötzi und wie er die Musik und das Leben von Millionen Menschen beeinflusst hat. DJ Ötzi, mit bürgerlichem Namen Gerhard Friedle, begann seine Musikkarriere in den 1990er Jahren und entwickelte sich schnell zu einer Ikone der Pop- und Tanzmusik des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts. Mit seinem charmanten Auftreten und seinem beeindruckenden DJ-Talent schuf er riesige Hits, an die sich Millionen Musikliebhaber noch heute erinnern. Die Karriere von DJ Ötzi wurde von einer Reihe von Top-Hits begleitet, die jeder Musikliebhaber mit Leidenschaft angenommen hat. Songs wie, Hey Baby, Anton aus Tirol, und, Ein Stern, der deinen Namen trägt, machten DJ Ötzi zu einem prominenten Namen in der Musikbranche und gingen in die Musikgeschichte ein. DJ Ötzi ist nicht nur als DJ und Sänger bekannt, sondern er versucht sich auch in vielen verschiedenen Bereichen. Er hat an vielen Fernsehshows und Unterhaltungsveranstaltungen teilgenommen und dabei seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt. Seine abwechslungsreiche Karriere hat den Fans aufregende Erlebnisse beschert. Die Musik von DJ Ötzi hat die Weltmusik und Popkultur stark beeinflusst. Seine fröhlichen und lebendigen Hits haben die Herzen der Menschen erobert und erscheinen oft auf Partys, Sportveranstaltungen und Hochzeiten auf der ganzen Welt. Seine Karriere hat sich von Europa auf die ganze Welt ausgeweitet und demonstriert die Kraft schöner und eingängiger Musik. Der Tod von DJ Ötzi kam schmerzhaft und plötzlich. Auf dem Heimweg von einem Auftritt hatte er einen schweren Verkehrsunfall. Durch den Unfall wurde er schwer verletzt und konnte nicht überleben. Die Nachricht von seinem Tod schockierte und betrübte Fans auf der ganzen Welt. Der Tod von DJ Ötzi löst in der Musikszene und bei den Fans tiefe Trauer aus. Künstler und Kollegen meldeten sich zu Wort, um an ihn zu erinnern und ihn zu ehren. Seine Titel und Lieder werden auf Musikplattformen wiederholt und zeigen Respekt und Zuneigung für diesen herausragenden Künstler. Während der Abschiedszeremonie von DJ Ötzi sprachen Angehörige und Freunde zu Wort, um an ihn zu erinnern. Die herzliche Zeremonie schuf einen Raum, um Schmerz und Nostalgie zu teilen. Der letzte Abschied war für die Verwandten und Freunde von DJ Ötzi eine Möglichkeit, sich endgültig von jemandem zu verabschieden, den sie liebten und respektierten. DJ Ötzi bleibt immer für die lustige und aufregende Musik und Lieder in Erinnerung bleiben, die er kreiert hat. Sein großes Erbe wird in den Herzen der Fans weiterleben und ein wichtiger Teil der Musikgeschichte werden. Er hat starke Spuren in der Musik und und... Er hat sich umge-mehrt und erinnert, um sich umge-mehrt zu sein, um die Zeremonie zu verabschieden, um die Zeremonie zu verabschieden, um die Zeremonie zu verabschieden und umge-mehrt. face à des pertes personnelles et à lutter contre des problèmes de santé mentale qui ont finalement nuit à sa carrière et sa santé. C'est l'histoire tragique de Francis Lacks, un acteur talentueux dont la vie a été marquée à la fois par des triomphes et des tribulations. Francis Lacks est né dans une famille d'artistes à Paris, en France. Son père Robert Lacks était un compositeur et sa mère Paulette Franz, chanteuse. Dès son plus jeune âge, Francis a été exposé aux arts et a développé un amour profond pour la scène. Il a fréquenté le conservatoire à Paris où il a étudié le théâtre et a perfectionné son métier. Adolescent, Francis Lacks a été le témoin direct de la dévastation de la seconde guerre mondiale. Il a vu la destruction de sa ville bien-aimée et la perte de nombreuses vies, dont certains de ses amis et membres de sa famille. Cette expérience a eu un impact profond sur Lacks et a alimenté son désir de créer un art qui inspirait l'espoir et la guérison. Après avoir terminé ses études au conservatoire de Paris, Lacks débute sa carrière d'acteur dans les années 1950. Il est apparu dans plusieurs productions scéniques et a rapidement été reconnu pour son talent et son charisme. En 1957, Lacks fait ses débuts au cinéma dans les Tricheurs, un drame réalisé par Marcel Carnet. Ce rôle a marqué le début d'une carrière cinématographique réussie qui s'étendrait sur cinq décennies. Après ses débuts au cinéma dans les Tricheurs en 1957, Francis Lacks continue à travailler régulièrement au cinéma et à la télévision. Dans les années 1960, il apparait dans plusieurs films notables dont The Army Game en 1962 et Germinal en 1963, tous deux réalisés par Yves Allegret. Il a également joué dans les séries télévisées Les 5 dernières minutes et Les enquêtes du commissaire Maigret, qui ont été populaires auprès du public et ont contribué à cimenter la réputation de Lacks en tant qu'acteur talentueux. Tout au long des années 1950, Lacks s'éloignait à la télévision et à la télévision et à la télévision et à la télévision.